Wenn Sie einkaufen gehen in ein Bekleidungsgeschäft, schauen Sie dann auch nach Nikab mit einem bestimmten Muster oder in verschiedenen Farben? Wie halten Sie es da? Ja, definitiv. Man trägt natürlich zur passenden Kleidung den passenden Nikab. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Modelle, sei es, dass es da noch einen Steg hat zwischen der Nase und dem unteren Teil. Es gibt verschiedene Längen, es gibt verschiedene Formen, es gibt verschiedene Farben. Also man achtet sich schon, dass der Nikab auch zum Rest der Kleidung passt.